Weil mit unseren Mieten Profit gemacht werden. Dagegen hat sich jetzt eine Initiative gegründet, die die Deutsche Wohnen und Co. enteignen möchte. Hallo, es ist noch nicht lange her, da waren wir mit 25.000 Menschen auf der Straße und haben gegen den Mietenwahnsinn in Berlin protestiert. Es folgten Hamburg, Leipzig, Erbgurt und nächste Woche geht es in Frankfurt weiter. Und bald nach der Demo in Berlin folgten Besetzungsaktionen in einem Umfang, wie sie Berlin schon lange nicht mehr gesehen hat. Und die Mehrheit, die findet es richtig gut. Doch nicht nur gegen den Mietenwahnsinn haben dieses Jahr Zehntausende protestiert. Auch für Klimagerechtigkeit, für eine bessere Gesundheitsversorgung, gegen das Sterben auf dem Mittelmeer, für ein Recht zu bleiben, gegen Polizeigesetze und vieles, was ich vergessen habe. Ehrlich gesagt, sowas habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Und während der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums immer noch behauptet, dass eine soziale Wohnungspolitik nur dann funktioniert, wenn wir die Mietpreisbremse abschaffen, den sozialen Wohnungsbau beenden und dem Markt endlich ganz das Ruder überlassen, fordern immer mehr MieterInnen und sogar schon erste PolitikerInnen die Enteignung von Wohnungskonzernen. Bei allen schlechten Nachrichten sehen wir vielleicht gerade nicht nur endlich große Demonstrationen gegen den Rechtsruck, sondern vielleicht ganz langsam sogar das Heranwachsen einer linken Perspektive, die dankbar aufgenommen wird. Das zeigt, wenn wir unsere Blasen verlassen, mit unseren NachbarInnen, unseren Kolleginnen, Bekannten und MitschülerInnen konkrete Kämpfe führen, dann können wir sogar eigene Themen setzen. Entschuldigung. Bis zu Forderungen nach Vergesellschaftung und Enteignung. Marx und Engels haben es gesagt, der Kommunismus ist nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben wird. Nein, Kommunismus ist die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. Aber zurück zum Wohnungsmarkt. In Berlin regiert seit einiger Zeit Rot-Rot-Grün. Seitdem hat der öffentliche Wohnungsbau zwar etwas zugenommen, aber für die Profiteure der Mietenkrise am privaten Markt gibt es nach wie vor kaum Beschränkungen. Die Mietpreisbremse ist ein Rohrkrepierer. Der Milieuschutz hat enge Grenzen. Und mit dem Vorkaufsrecht wird zwar neuerdings in ersten Zügen auf die Forderung nach Rekommunalisierung eingegangen, es kommt aber nur in Einzelfällen zur Anwendung und hat seine Grenzen. Denn die Marktpreise kann kaum noch jemand bezahlen. Selbst genossenschaftlicher und kommunaler Neubau kann daher alleine die Probleme nicht lösen, weil die Wohnungen einfach zu teuer sein werden. Es ist klar, dass alle bisherigen Maßnahmen nicht reichen werden, um die aktuelle Wohnungskrise zu beenden. Es ist also Zeit für radikalere Maßnahmen. Deswegen fordern wir die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, den nächsten Schritt zu gehen, um große Immobilienunternehmen zu enteignen. Eines dieser Unternehmen, die Deutsche Wohnen, die größte private Vermieter in Berlins mit rund 110.000 Wohnungen in der Stadt. Die Deutsche Wohnen ist in den letzten Jahren bekannt geworden als das schlimmste Wohnungsunternehmen von Berlin. Jährlich machen sie negative Schlagzeilen mit defekten Heizungen im Winter und Schimmelbefall in ihren Beständen. Anstatt wichtige Instandhaltungen vorzunehmen, betreibt das Unternehmen eine aggressive Strategie der Profitmaximierung. Vor allem durch umfassende Modernisierungsvorhaben. Die auf die Miete umgelegt werden, und so sind viele von Verdrängung bedroht. Und ein Ende ist nicht in Gesicht. Denn die Deutsche Wohnen verspricht erheblich Wertsteigerung. Anders ausgedrückt, die Mieten werden steigen, ohne Rücksicht auf Verluste. Wir wissen schon lange, dass Unternehmen wie die Deutsche Wohnen allein an Profiten interessiert sind und nicht an guten Wohnbedingungen für alle. Da helfen keine Appelle an ein soziales Gewissen. Denn ein kapitalistisches Unternehmen wird immer auf Profite angewiesen sein. Wenn wir endlich ohne Angst vor Mietsteigerung und Zwangsräumung leben und über unsere Häuser mitbestimmen wollen, müssen wir die Eigentumsverhältnisse ändern. Der Zeitpunkt ist gut. Die Organisierung von MieterInnen der Deutschen Wohnen, Arkelius, Bonovia und vielmehr zeigen, dass der Druck wächst. Gemeinsam trauen wir uns jetzt etwas, was lange und denkbar schien. Und das sagen wir übrigens auch heute, die wären nicht älterseleitig. Wir fordern die Enteignung aller großen privaten Wohnungsunternehmen. Und dafür gibt es nicht nur einen Grund, sondern verdammt viele. Wohnen ist ein Grundrecht. Es ist für ein Leben ein gutes Leben unverzichtbar. Nur ein Leben ohne dauernde Existenz, alles kann menschenwürdig sein. Deswegen muss der Spekulation mit diesem Grundbedürfnis ein Ende gesetzt werden. Gerade börsmodierte Unternehmen verfolgen eine Strategie, die Mietpreise um jeden Preis hochzutreiben. Weil sie hohe Kredite für den Kauf der Beständer aufgenommen haben und ihren Aktionären eben natürlich hohe Gewinne versprechen. Und darum müssen wir immer höhere Mieten bezahlen. Immobilienunternehmen wie die Deutsche Wohnen oder Bonovia nehmen aufgrund ihrer Größe eine marktbestimmende Sonderstellung ein. Sie beeinflussen nicht nur die Mietgesetzgebung, zum Beispiel durch Angriffe auf den Mietspiegel. Nein, mit ihrer Ausrichtung auf Profitmarktsignierung sind sie im Besonderen für Preissteigerungen auf dem Wohnungsmarkt verantwortlich. Viele der Wohnungen, mit denen Deutsche Wohnen und Co. heute ihr Geschäft machen, haben einmal uns gehohrt. Sie wurden zu niedrigen Preisen unter dem rot-roten Senat privatisiert. Und dazu gehörten ganze Wohnungsbaugesellschaften, die GSW oder die GH. Holen wir uns die Häuser zurück. Mit unserer Kampagne wollen wir allen MieterInnen der Deutschen Wohnen, Bonovia, Ado Properties, Arkelius und Co. ermutigen, sich weiter zu Wehr zu setzen. Dafür stellt unsere AG Starthevel die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignet ihr Wissen im Workshops bereit und unterstützt neue MieterInnen-Initiativen beim Aufbau. Doch wir wollen noch mehr als das. Mit einem Volksbegehren werden wir die Grundlage dafür schaffen, große und börsennotierte Wohnungsunternehmen wie die Deutsche Wohnen zu enteignen. Los geht's nächstes Jahr. Auch die Deutsche Wohnen ist nicht und schlagbar. Doch gewinnen werden wir nur, wenn wir immer weiter den Druck erhöhen. Zeigen wir, dass wir nicht nur auf Demonstrationen Antikapitalista rufen können, sondern auch echte antikapitalistische Kämpfe führen können. Schreiben wir Geschichte und setzen die Vergesellschaftung der großen Immobilienkonzerne durch. In diesem Sinne, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Vielen Dank für diesen Redebeitrag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.